Ja moin Leute, der Mario Faker ist back? OMG, krass! Ja, genau, das habt ihr euch bestimmt gedacht, als ihr gesehen habt, dass ich, ich, Mario Faker höchstpersönlich ein Video hochgeladen hat. Und jetzt sogar mit Facecam. Not bad. So, wir spielen heute Overwatch. Seht, ich hab ein bisschen gesuchtet, bin jetzt hier. Level 201, was richtig geil ist. Warte, ich hab jetzt zwei Sterne. Wow. So, und ich würd sagen, wir spielen einfach gechillte Schnellsuche. Ja. Oh, okay, wir sind jetzt in eine Runde reingekommen, wo schon Leute sind. Das heißt... Äh... Was ist da los? Okay. Geht, keine Ahnung. Boah, jetzt geht's auf jeden Fall. Oh mein Gott, lag. Auf jeden Fall... Ja. Wie ihr seht, sind wir jetzt Verteidigung. Ich denke, es sollte aber alles passen. Eine Minute dreißig sind fast beim letzten Checkpoint. Ich spiel mit Lucio. Ich spiel mit Lucio. Ich mag Lucio sehr. Ich hab ihn in letzter Zeit mehr oder weniger auch gemaint. Also mehr oder weniger. Es ist mein Main. Scheiße. Ja. Warte, ich kann euch mal kurz hier zeigen. Hier. Ranked vier Stunden. Alle Modi. Alle Modi, 22 Stunden. Boah, ich glaub nicht, dass wir das noch halten. Team an sich ganz gut. Ich muss defensiver bleiben. Sonst schaff ich das nicht. Zuerst auf dem Mercy. Oh mein Gott. Das ist jetzt auch schon meine erste Runde heute. Ja, Widow. Okay. Vierfach Kill. Ah, schade. Den hab ich leider nicht bekommen. Naja, was soll's. Ja, doch. Das könnte man schaffen. Yeah, Emote. Hier. Richtig krasser Skin. Das ist auch eigentlich mein Lieblings-Skin. Hier von Lucio. Der, äh... Wie heißt der eigentlich? Boah, da hab ich grad irgendwie gar keinen Plan. Auf jeden Fall ist das der Anniversary-Skin. Und der geht ab. Oh oh. Oh. Weggeschubst. Reinhardt. Oh ja. Hat der McCree... Ja, einen hat er bekommen. Den Genji. Und hier ist noch ein Zen. Und... Ja. Easy Runde, oder? Toll, ne? Mal gucken. Hab ich ne Lutbox? Really? Hm. Genji. Wahrscheinlich eh bevor... Ah ne, das war der Vierfach-Kill, oder? Hat der Vierfach-Kill gemacht? Da, wo ich auch Vierfach-Kill hatte. Ha, ich hatte aber ein Vierfach-Kill. Okay, hier hat er noch einen. Okay. Schönes Highlight vom Genji. Können wir meinetwegen... Gleich noch ein, zwei Runden machen. Bis dann. Okay, ich glaub, hier wären wir schon in der nächsten Runde. Ja. Das ist Punktumkämpfen. Nepal Dorf. Und... Wie immer. In jedem Match fast. Kein Ten, kein Healer. Oh, Mercy. Nice. Dann... Pick ich mal. Oh, talk. So. Warten wir fünf Sekunden. Und... Ja, das Team sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Keine Defensive. Oh, ne, die Mercy hat geswitcht. Warte, dann switch ich jetzt doch auf Healer. Dann spiel ich... Anana. So. Und jetzt... versuche ich, einen Korb zu machen. Und... Oh, schade. Okay. Geht's los. Wo ist mein Team? Ah. Ah. So. Jetzt mal zu meiner Taktik mit Anna. Einfach paar Leute... Healen. Oh, Scheiße. War das bitter. Kein Skill. Oh, man. Der hat sogar meine Grenade reflektiert. Das war bitter. Ui. Keinen getroffen. Wird zu cool gewesen. Irgendjemand wurde gewonnen. Hittet. Dann tötte ich den da halt. Oder auch nicht. Oh Gott. Schade. Wär zu schön gewesen. Genji schon mal mit der Grenade getroffen? Ja. Was? Warte, wie? Hä? Das möchte ich im Replay sehen. Also. 40 Leben. Er schläft. Ich gebe ihm einen Schuss. Ah. Da wurde die ganze Zeit frontieren Lucio gehirrt. Das ist aber scheiße. Das wäre ein Safe Kill gewesen. Dafür dummf ist. Nein. Oh Gott. Töt ihn. Danke. Und das ist mein Medi-Pack. Ich muss gleich mal jemanden boosten. Aber nicht den Reaper. Vielleicht die Diva. Die Diva müsste ich boosten. Ja. Oh mein Gott. Oh. Nein. I do this. Oh oh. Oh really? Okay. Toll. Äh. Dumfes finde ich so abfuck. Dumfes ist halt echt nur. Nur sein Rechtslig ist stark. Ernsthaft. Ich finde nichts anderes an dem stark. Einfach der Rest macht einfach kaum Schaden. Deswegen verstehe ich. Dumfes ist einfach nicht. Blizzard tut zwar so. Als wäre das irgendwie so ein Combo Hero. Aber ich finde nur der Rechtslig macht eigentlich wirklich Schaden. Der Rest ist nur so. Das sind nur so Kleinigkeiten. Und? Oh. Jetzt? Ne. Schade. Ah ja. Wo war ich eigentlich mit Dumfes? Ja. Wie gesagt. Nur der Rechtslig macht Scheiben. Ja. Muss man nicht sagen. Ja. Okay. Aber diese Map von Nepal mag ich auch deutlich mehr. Ja. Ich hoffe hier können wir ein bisschen mehr reißen. Ja. Der Roadhog schläft. Oder so. Ah. Oh mein Gott. Der war doch fast Town. Town. Genau. Town. Ich sollte aber mehr healen als... so. Ich gehe mal an den Punkt. Wenn... Wenn keiner ihn einnehmen will... Meinetwegen hole ich ihn mir dann. Ja. Hat doch gut geklappt. Oh scheiße. Okay. Mein A-Knopf ist irgendwie gerade rausgefallen. Oh shit. Nein. Warum schießt die die ab? Ich habe nur auf meine Dingens gewartet. Ja. Okay. Immerhin hat sie... Hat sie sie jetzt bekommen. So. Dann healen wir noch. Einmal da. Dann nochmal hier. Okay. Dann... Dann... Aber da. Und eine Grenade nach da werfen für die Orisa. Hat nicht geklappt. Scheiß drauf. Okay. Tracer hat ihre Ult verkackt. Ich habe einen Doomfist gehört. Da war rechts ein Doomfist. Nicht Doomfist. Krasse Ult-Kombo. Werden geultet. Einmal hat der Lucio geultet. Der Doomfist und der Roadtog. Roadtog-Ult. 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 Ist auf dieser Map meistens ziemlich gut. Weil er halt die einfach richtig geil in den Punkt pushen kann. Alter, geh aus dem Weg. Ich will Damage machen. Als ob ich die Schrift nicht getroffen habe. Okay, komm. Ja, Is. Nein! Doomfist, wie gesagt. Es stürmt einfach mit seinen Fähigkeiten rein. Okay, seine Fähigkeiten. Die anderen sind einfach da, um sich zu bewegen, finde ich. Ja. Ne, dann kommt der da einfach rein. Vom Balkon da quasi. Springt da rein. Macht seinen Rechtsklick. Nein, ich kann nicht hier schielen. Und der ist tot. Natürlich. Nein! Ach, Mann. Okay, ich töte mal... Okay, dann halt nicht. Okay, ein bisschen full gehealt. Ne? Ein bisschen full gehealt. So. Roadtog. Alles ganz... Oh, mein Gott. Von wegen, easy. Ich schiel mich gerade. Ich... Damage... Damage... Ich wusste die jetzt einfach mal. Hilfe! Oh, Mann. Wieder tot. Aber wir haben, glaube ich, gewonnen. Und? Verlängerung? Oh. Natürlich. Wie gesagt, hier. Roadtogs Ulti. Ist stark. Ich ruhe mich aus, wenn die Feinde... Ich bin der da. Oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Egal. Yolo. Lass mich sie hier. Oh, danke. Oh, manchmal ist es nervig. Wenn sich irgendein anderer... So zum Beispiel... Wenn du gerade, ähm... Jemanden damagen willst. Was? Oh mein Gott. Bin ich jetzt einfach runtergelaufen? Erniedrigend. Oh Gott, ist das close. Und, und, und? Haben wir es? Okay, einer am Punkt. Einer am Punkt. Ist nur einer. Es ist nur einer. Teamkill. Yeah. Catching. Ich glaube, das war... Easy winner. Nicht ganz. Das war 99 zu 99. Aber ich denke mal, wir können diese Runde noch gewinnen. Also so, dass wir das ganze Match gewonnen haben. Das wäre doch mal nice. So. Dritter Versuch oder so. Und, zack. Okay, ich mache irgendwie zu hoch. Okay. Ich habe mal gesehen, dass man auch den hier so reinmachen kann. Irgendwie so. Hm, war doch gar nicht mal so schlecht. Ich finde es so nice, wenn der da nochmal drin gelandet... Gelanden? Genau. Gelandet wäre. Catch. Oh, nichts getroffen. Okay, vielleicht war das ein bisschen dumm. Ah, schade. Ah, nice. Komm, die Diva heal. Heal doch, die Diva. Okay, der Genji ist wieder full. Lol. Hä? Warte, wie habe ich den denn bitte schön getroffen? Hä? Oh mein Gott. Das verstehe ich gerade irgendwie gar nicht. Einfach mal auf Luck reinballern. Ja, treffe einfach gerade gar nicht. So muss es sein. Genji, Genji braucht Help. Okay, ich gehe mal. Obwohl meine Schrift... Ja, dumpfes Schlafdumpf ist! Mann, wer hat ihn aufgeworfen? Immer muss ihn jemand aufhecken. Warum? 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 Hätte er nicht schön weiterschlafen können, wie ein kleines Baby. Nein. Irgendjemand muss ihn schlagen. Na toll. Geile Greenade. Oh. Ne, ich treffe es auch nicht. Oh, ich muss ulten. Ich muss gleich ulten. Komm, die Diva. Ich fett, trau auf die Diva. Oh mein Gott. Nein, nein. Och man. Aber bis jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Nicht verzweifeln. Es ist jetzt 67% zu 12. Und wir sind gerade am Punkt einnehmen. So, schön. Geht der drüber? Schön. Trotzdem nicht getroffen. Digi. Ja, ein bisschen wie hier. Da noch so ein bisschen. Oh, schade. 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 Oh, das wäre lucky gewesen. Oh mein Gott. Ich bin ja tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Der, der hat mich geschlagen. Das finde ich blöd. Und dann hat sich der Han so abgestallt. Toll. Ich brauche einen höheren Winkel. Toll. Ich habe den Mech gelegt. Oh. Nice. Das war geil. Und jetzt kann der Rotok sich nicht heilen. Er kann sich nicht heilen. Oh. Das könnte doch nochmal was werden. Alle in den Punkt. Oh, schade. On fire. Und nochmal Reset Damage boosten. Einfach, weil ich es kann. Yeah. Das ist eigentlich gar nicht, wie lange das Video bis jetzt geht. Wenn es jetzt lange geht, dann kommt noch eine Runde. Und wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall öffnen wir gleich nochmal die Loot Drops. Wir schauen uns doch das Highlight an. So. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. So. Was gab es denn da so tolles? Och, der Genji. Och, den Genji vote ich mal. Das scheint gut zu sein. Ist ja auch Level 600. Yay. Level 2. Endlich. Ich wurde befördert. Hä? Und jetzt? Was gibt das für einen Sinn? So. Dann öffnen wir die Loot Box. Legendary. Komm. Biete, biete. Ist eh nur Crab drin. Wie immer. Ein Spruch. Den ich schon hab. Gold. Interessantes Icon. Aber der Devin the Doomfist ist besser. Was ist das? Ach so. Schild nach oben. Ja. Schild hoch. Naja. Finde ich alles nicht so toll. Ja. Gut. Dann würde ich sagen. War es das mal wieder. Mal wieder. Warum mal wieder? Ich weiß es auch selber nicht. Dann war es jetzt hier. Von meinem Comeback. Auf YouTube. Und. Genau. Vielleicht baue ich jetzt noch eine coole Endcard ein. Könnt ihr hier irgendwo abonnieren. Und irgendein anderes Video gucken und sowas. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.